4. November 1922. Theben, Oberägypten. Gegen 10 Uhr wurden die Spuren des Eingangs zu einem Grab entdeckt. Da war die erste Stufe einer Steintreppe. Sie führte in eine tiefe Aushöhlung, etwa vier Meter unterhalb der Ebene des Tals. Wie eine versunkene Treppe. Es muss der Eingang zu einer Grabkammer sein, höchstwahrscheinlich aus der 18. Dynastie. Mehr konnte man nicht erkennen. Das Tal der Könige ist ein karges, unheimliches Land. Eine leblose Senke aus Fels und Staub, umrahmt von schroffen, 400 Meter hohen Bergen. Weit weg von den Oasen und Feldern des Nils, abgeschlossen und irgendwie tot. Wer sich jemals gefragt hat, warum man im Kunstunterricht damals 20 verschiedene Bezeichnungen für Brauntöne lernen musste, spätestens hier wird alles klar. Umbrafarbener Sand, ockerbraunes Geröll und Felshänge in Sienna-Tönen. Nur der wolkenlose, fast weiße Himmel zeichnet sich ganz klar von der Wüste ab. Die Gegend ist einsam und isoliert. Man muss klettern und gut Karten lesen können, um hierher zu gelangen. Fast scheint es, als wünsche das Land überhaupt keine Besucher. Selbst die Luft steht still über dem vertrockneten Boden, wie in der Glasvitrine eines Museums. Alles hier ist alt. Die Urtümlichkeit dringt aus den Felsspalten und legt sich über das gesamte Tal. Sie erdrückt jeden ahnungslosen Wanderer und drängt ihn zurück. Manche, die der Magie nicht widerstehen konnten, haben ihr Leben hier verloren. Sie haben sich verirrt oder sind verdurstet. Es gibt Gerüchte von einem uralten Fluch, der über der Schlucht liegt. Er steht auf Steintafeln geschrieben und soll all die heimsuchen, die die Ruhe des Tals der Könige stören. Dieser Ort birgt ein Geheimnis. Tief in den Berghängen unter Schutt und Geröll führen alte, von Hand gehauene Gänge durch den Fels. Da sind Kammern und ganze unterirdische Paläste mit bemalten Wänden und Statuen aus Stein. Konserviert von der trockenen Luft, staubig und verlassen. In einigen dieser Gewölbe stehen große, steinerne Kisten. Viele von ihnen sind aufgebrochen, die Deckel sind zur Seite geschoben. Darin befindet sich nichts mehr. Nur Knochenreste und Fetzen von Leinbinden auf dem Steinboten verraten, dies sind die letzten Ruhestätten längst vergessener Könige. Die Gräber der Totenstadt sind geplündert. Manche schon vor tausenden von Jahren, andere erst kürzlich. Leere Löcher starren wie tote Augen in den brennenden Himmel. Es scheint, als wäre der Fluch des Tals gebrochen und niemand mehr hier, um ihn zu wahren. Doch eines Tages, im Herbst 1922, kommt Unruhe in die einsame Schlucht. Zwei Europäer mit weißen Hüten und dicken Schnurrbärten klettern mit Karten und Schaufeln über die Geröllhaufen und betrachten die leeren, aufgebrochenen Gräber mit wissendem Blick. Sie sind gekommen, um etwas zu finden, was vor Urzeiten verschlossen und nie geöffnet wurde. Denn das Tal ist noch nicht ganz leer. Tief im ockerfarbenen Fels, am Ende einer versteckten Steintreppe, liegt eine versiegelte Tür. Die beiden Männer haben jahrelang nach ihr gesucht. Sie steigen hinab. Fremde, merkwürdige Symbole sind in den Rahmen geritzt und verschwimmen schattenhaft im Schein ihrer Lampen. Hier soll ein toter König liegen. Manche sagen, er ist der Hüter des Fluchs über dem Tal. Doch die beiden Männer glauben nicht an Übernatürliches. Vorsichtig lösen sie Stein um Stein von der Versiegelung. Muffige, jahrtausendealte Luft umhüllt sie, als sie in die Dunkelheit spähen. Und dann gehen sie hinein. Schon bald wird einer von ihnen unter mysteriösen Umständen ums Leben kommen. Und die ganze Welt wird vom Fluch des Pharaos sprechen. Über der Tür war ein großer, schwerer Balken. Ich machte ein kleines Loch darunter, etwa 35 mal 15 Zentimeter groß und leuchtete mit einer Taschenlampe hinein. Der Raum dahinter war bis zur Decke mit Steinen und Schutt gefüllt. Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore Ich war nervig da, ne? In meiner Ägyptenphase. Ich glaube, so zwischen 0 und 25 warst du so todesnervig. Ich hasse dich. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd. Eurem fliegenden Baumhaus in vergangene Zeiten. Ich bin Tore. Ich bin Philipp. Auch. In diesem Szenario wollte ich dir gerade geben. Ich wollte gerade Anne zuweisen. Nein. Okay. Dann ist Anne irgendjemand anders. Ich bin Merlin, der Zauberer, dem die Hütter am Ende gehört. Der alle rausschmeißen kann. Der beste Mann der ganzen Sendung. Wow. Kennt ihr das magische Baumhaus? Es ist eine Buchserie so. Genau. Es gibt 59 Bücher davon. Boah, krass. Ola hat gegoogelt. Wir hatten eins über das alte Ägypten. Da habe ich mich schlau gelesen als Kind und unsere Eltern mitgenervt. Genau. Tore hat mal wieder irgendwas auswendig gelernt und hat es dann allen vorgeplappert. Ja. Ganz normal, wenn man so acht Jahre alt ist und Tore heißt. Wenigstens kannte ich nicht tausend Fußballnamen auswendig. Die hast du auswendig gelernt. Aber die habe ich ja auch freiwillig auswendig gelernt. Ja, ich habe das ja auch freiwillig auswendig gelernt. Mir war das egal, um es den anderen dann zu erzählen. Das war ja der ganze Sense bei dir dahinter. Du hast ja nichts für dich auswendig gelernt. Du hast es aber auch, du hast die ganze Zeit Fußballkommentator gespielt. Du hast es sogar auf Kassette aufgenommen. Ja, aber für mich selber. Ich habe mir das selber angehört und habe mich gefreut. Das war saulaut, Alter. Ich wollte Mittagsschlaf machen. Ich habe das immer gehört. Deswegen weiß ich auch noch, wer Theophanis Gekas ist zum Beispiel. Alter, so ein OG. Wir sind heute auch OGs. Wir gehen ins alte Ägypten. Aber bevor wir ins alte Ägypten gehen. Ja, noch eine Sache. Bitte, bitte. Leute, wir sind nominiert. Wir sind nominiert. Das kann man so sagen. Wir sind beim Deutschen Podcastpreis. Es gibt da mehrere Kategorien. Aber wir sind in dieser Form jetzt im Publikumspreis für die Kategorie Wissen. Und falls ihr zu den 17% gehört, die nur unsere Longstories hören. Ich glaube, so viel waren es ungefähr. Ich glaube, es waren 27. Oder 27%. Moin. Und uns sicher auf Instagram folgt. Dann wisst ihr das vielleicht noch nicht. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt für uns. Es sind zwei Klicks. Und wir würden uns unfassbar freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Wir erzählen ja quasi weiter. Ihr könnt ja jetzt den Podcast quasi klein machen. Natürlich vorher noch auf den Link in der Beschreibung gehen. Einfach abstimmen. Ihr könnt einfach entspannt weiterhören. Genau, ihr könnt ja einfach weiterhören. Es ist perfekt. Geht jetzt in die Shownotes. Geht auf den ersten Link. Es wird der erste Link sein. Drückt drauf. Bestätigt wild und fremd. Geht auf abschicken. Und danach könnt ihr den Tab wieder schließen. Und ihr könnt ein richtig gutes Gewissen haben. Ihr habt eine richtig gute Tat getan. Und müsst nicht die ganze Zeit denken, fuck, ich habe ja noch gar nicht für die Jungs abgespielt. Was für ein nerviges Gewissen. Sehr, sehr wild. Wir sind natürlich ein Podcast über historische Expeditionen über Entdeckung. Deswegen wollen wir euch heute die Geschichte der wahrscheinlich berühmtesten Grabesentdeckung der ganzen Welt erzählen. Dafür haben wir natürlich wie immer Tagebucheinträge und diesmal auch Grabungslogbücher ausgegraben. Heute sind die von Howard Carter, der Hauptperson unserer Geschichte. Ja, sorry. Dafür zahle ich 5 Euro in die schlechte Witzkasse. Und das Problem ist, Howard Carter ist ein sehr, sehr pedantischer Archäologe gewesen. Seine Grabungstagebücher waren manchmal sehr, sehr nicht so pedantisch, sehr stichwortartig. Deswegen sind die teilweise ein bisschen, ja, schwer zu lesen. Wir haben das aber ein bisschen ergänzt durch die Einträge, die er später in so einer Art Reisejournal gemacht hat. Und er wird uns heute durch die gesamte Geschichte begleiten. Wir sprechen heute, wie gesagt, über das alte Ägypten. Wir sprechen über Howard Carter. Wir sprechen über Tutankhamun. Und wir sprechen über mumifizierte Personen. Und da hatten wir am Anfang schon eine relativ lange Debatte darüber, was man denn jetzt sagt. Wenn ich sage Mumie, was ist dann als erstes in deinem Kopf, Herr Klein? Man denkt natürlich als erstes an eine unfassbar unheimliche Fratze, einen Skelettkopf mit Binden, schiefen Zähnen, irgendeine Gruselerscheinung. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Weil hinter Mumien stehen ganz normale Menschen, die einfach irgendwann gestorben sind und nie ganz verfault sind. Genau. Ich glaube, wir haben uns unterschiedlich entschieden. Ich sage mumifizierte Personen, weil ich mich ein bisschen besser damit fühle. Ich werde weiterhin Mumien sagen, weil ich möchte, dass der Begriff einfach besser konnotiert wird. Ich möchte, dass im besten Fall, wenn ihr... Okay, ich benutze es einfach weiter, damit Leute besser verstehen, dass ich es nicht benutze. Nein, ich benutze es ja, aber ich möchte es halt nicht in dem Kontext benutzen. Und ich möchte Menschen darauf aufmerksam machen, dass Mumien nicht immer was Gruseliges sein müssen, sondern dass da immer auch ein Mensch hinter steht. Es ist komplett egal, ob ihr mumifizierte Personen oder Mumien hört. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Das sind Menschen mit einem richtigen, richtigen Leben. Mumien sind Körper, die entweder gewollt oder ungewollt nicht völlig verrotten. Die gibt es also quasi in allen Kulturen. Überall, wo Menschen sterben, können sie, wenn die Gelegenheiten stimmen oder wenn andere Menschen das wollen, sich mumifizieren. In Ägypten sind die Gelegenheiten dafür einfach ziemlich günstig. Ich meine, wir haben es in der Einleitung ja auch schon gehört. Es ist ziemlich trocken. Es gibt viel Wüste, wenig Tiere und das begünstigt einfach eine Mumifizierung. Dazu kommt, dass die alten Ägypter ihre Leichen in der Regel nicht verbrennen konnten, weil sie einfach zu wenig Holz im Land hatten. Ja, was macht man also? Man steckt sie in irgendwelche Felsspalten und schiebt einen dicken Stein drüber. So haben die alten Ägypter vor der großen Zeit ihre Körper beerdigt. Irgendwann kommt dann jemand, gibt dem Ganzen vielleicht noch einen religiösen Touch und zack, hast du so eine Kultur, in der sich mumifizierte Personen oder Mumien entwickeln. Die Frage, die ich mir als erstes bei mumifizierten Personen gestellt habe, ist, warum hat das so einen religiösen Touch? Warum mumifiziert man Menschen dafür? Ganz ehrlich gesagt, es ist nicht so super einfach zu erklären. Aber die Ägypter haben damals an ein Leben nach dem Tod geglaubt, in welches der Verstorbene mit seinem jetzigen Körper hineingleitet. Es ist also wichtig, den Körper so gut wie möglich zu erhalten. Und das hat man dann nach und nach Schritt für Schritt verbessert, indem man ihn trocknet, die inneren Organe entfernt und ihn dann mit Laien umwickelt. Die Menschen im alten Ägypten haben das so krass perfektioniert, dass wir mittlerweile, wenn wir an Mumien oder mumifizierte Personen denken, halt als erstes an Mumien aus Ägypten denken. Ja, das ist das, woran man denkt, wenn man Pyramiden oder Pharaonen im Kopf hat. Es ist ein bisschen schwierig, diesen Zeitraum einzugrenzen. Es gibt natürlich extrem viele Menschen, die sich damit deutlich mehr beschäftigen, als wir das tun. Aber das Ganze ging so circa vor 4000 Jahren vor Christus los, also insgesamt vor 6000 Jahren und dann so bis zur griechisch-römischen Zeit, also so 300 Jahre nach Christus. Das ist so eine unfassbar lange Zeit, 4300 Jahre. Und wenn man sich vorstellt, dass in dieser ganz, ganz langen Zeit in Ägypten bestimmte Menschen, natürlich nicht alle, aber besonders die Reichen nach ihrem Tod einbalsamiert und mumifiziert wurden, kommen Forscher, wir müssen hier nicht gendern, das waren tatsächlich zwei Männer, die das herausgefunden haben, auf insgesamt 700 Millionen mumifizierte Personen, die im alten Ägypten produziert worden sein müssen. Ja, WTF. Da fragt man sich natürlich, über 700 Millionen Mumien, wo sind die alle? Klar, nicht alle sind bis zur Neuzeit noch ganz geblieben. Die meisten Körper sind wahrscheinlich trotz der Mumifizierung irgendwann einfach verrottet. Aber da müssen ja mindestens ein paar Millionen noch da sein. Das Problem sind Grabräuber. Und zwar richtig viele über einen richtig langen Zeitraum. Das ging schon im alten Ägypten los, kurz nach der Bestattung, dass irgendwelche profitorientierten Priester, die heimlich wieder ausgewickelt haben, um an das Gold zu kommen oder an den Schmuck, oder arme ägyptische Bauhelfer, die irgendwie ihre Familie durchbringen mussten und halt wussten, wie man zu diesen Gräbern kommt. Irgendwann nach dem Untergang der ägyptischen Hochkultur kamen dann andere Völker ins Land. Griechen, Römer, Araber, Europäer. Und die haben sich natürlich auch ganz gerne an den Gräbern bedient. Wir springen ins 18. Jahrhundert. Da gibt es eine neue Erfindung auf der Welt. Und zwar das sogenannte Mumienpulver. Könnt ihr gerne mal googeln. Das sind einfach zermahlende, mumifizierte Personen, größtenteils aus Ägypten, denen wurde eben eine bestimmte Heilkraft nachgesagt, die man ganz regulär in einem Laden in kleinen Flaschen kaufen konnte. Und yes, das klingt so bitter, wie es sich anhört. Ja, und die Leute haben das tatsächlich gegessen. Genau. Also die haben das, ich weiß nicht, ob die das pur gegessen haben oder in ihr Müsli gestreut haben. Aber es wurde auf jeden Fall konsumiert. Also quasi Kannibalismus. Ja, eine legale Form. Es war eine legale Form. Ja, weil der war ja in der Zeit völlig verschrien. Das war ja absolut unchristlich. Aber sowas war okay, anscheinend. Wir wussten das. Wir sind ja alte Hasen in Geschichte. Wir wussten das schon vor der Recherche. Aber ich meine, selbst wenn du die ganze Welt mit Mumienpulver zugleisterst, reicht das immer noch nicht, da mehrere Millionen tote Menschen mit zu vernichten. Wo ist denn der Rest von diesen 700 Millionen Mumien? Es gab einen bestimmten Moment, als wir beide rausgefunden haben, was passiert ist. Was ist damit passiert? Und das war für mich wieder dieser berühmte Buch-zu-und-Kopf-auf-den-Tisch-Schlagen-Moment, den man irgendwie in letzter Zeit in jeder Wild-und-Fremd-Recherche mindestens einmal erlebt. Und zwar Anfang des 19. Jahrhunderts gehen die Verkäufe für Mumienpulver zurück. Wahrscheinlich fangen die Leute an, das ein bisschen eklig zu finden. In Ägypten gibt es aber noch Millionen mumifizierte Menschen. Und findige Geschäftsleute kommen auf eine Idee. Sie lassen die Mumien auswickeln, exportieren die Leichenbinden nach Europa und machen daraus Packpapier. Junge, Packpapier und Dünger haben sie auch draus gemacht. Ja, es wird für alles benutzt, was irgendwie anfällt, so ne? Wenn du 1850, also ein Dad warst, ein kleines Weihnachtsgeschenk für deine Kinder einpacken wolltest, dann war das gar nicht so unwahrscheinlich, dass du da Mumienbinden in der Hand hattest. Also die wurden dann natürlich pulverisiert und dann neu eingepresst. Aber das war halt dieses organische Gewebe und das wurde richtig industriell. Ich glaube, Mumien waren eine Zeit lang eins der wichtigsten Exportgüter aus Ägypten. So ist der Bestand an Mumien natürlich rapide gesunken und genau deswegen gibt es heute nur noch so wenig davon. Die Folge ist jetzt schon 12 Minuten und 40 Sekunden alt. Mit diesem Vorwissen. Ich glaube, das reicht. Damit gehen wir jetzt in unsere heutige Geschichte. Wenn die Schätzung stimmt, wäre das sehr akkurat im Übrigen. Hast du geschätzt? Lass nicht. Ich habe ja keinen Timer laufen. Ach ja, stimmt. Du hast ja die Aufnahme nicht. Heute geht es darum, wie eine der letzten, fast unberührten Grabstätten im Tal der Könige gefunden wurde. Wie ein damals wirklich revolutionärer Archäologe aus ziemlich einfachen Verhältnissen die Entdeckung seines Lebens macht. Und vor allem, welche nervenaufreibenden Strapazen bestanden werden mussten, um endlich den letzten Sack zur wahrscheinlich berühmtesten mumifizierten Person der Welt öffnen zu können. Es geht aber auch um die Schattenseiten der Entdeckung. Um den Stress, die Einsamkeit und die riesige Verantwortung, in die unsere Hauptperson hineingeworfen wird. Es geht darum, wie die Presse einen historischen Fund zu einem Spektakel ausschlachtet. Und natürlich müssen wir auch über den Fluch des Pharao sprechen. Denn kurz nach der Entdeckung des Grabes passieren merkwürdige, schreckliche Dinge. Unsere Geschichte beginnt in England an einem Herbsttag im Jahr 1922. Wir wissen nicht, wie das Wetter an diesem Tag war, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es nicht geregnet hat. Das ist relativ unwahrscheinlich für englische Verhältnisse. Macht die Geschichte, die wir heute erzählen, aber ein bisschen schöner. An diesem sonnigen Tag also treffen sich zwei Männer in einem imposanten Herrenhaus in Newbury in der Nähe von London. Flaggen wehen auf den zingespickten Türmen des Anwesens im frischen Wind. Es ist mehr ein Schloss als ein Wohnhaus. Die Parks um das riesige, ausladende Gebäude sind pedantisch gepflegt und tiefgrün. Hast du Downton Abbey geguckt? Mama hat mich gezwungen. Ich habe zehn Minuten geguckt und habe gesagt, Mama, ich finde es mega langweilig. Ich fand die auch nicht cool. Aber das ist das Haus, wo das gedreht wurde. Das ist in Newbury. Das ist genau das, worüber wir sprechen. Also, Downton Abbey auf jeden Fall reingucken. Liebe Grüße. Drinnen ist es kühl. Die Sonne scheint durch die hohen Fenster in ein großes Zimmer. Der Staub tanzt in den Strahlen über die roten Perser-Teppiche. An einem Tisch ausgebreitet liegt eine alte, zerfledderte Karte. Die beiden Männer stehen davor und betrachten sie unschlüssig. Sie ist voller Bleistiftskizzen, handgeschriebenen Zahlen und Kreuzen. Der eine, schlank und von mittlerer Größe, verzieht sein Gesicht. Der andere, etwas beleibter und deutlich jünger, redet eifrig auf ihn ein. Er zeigt aufgeregt auf ein kleines, dreieckiges Stück Land auf der Karte. Hier sind, im Gegensatz zum Rest des Papiers, noch keine Markierungen zu erkennen. Der Ältere winkt ab. Obwohl er zierlich und ziemlich schwach wirkt, wird schnell klar, dass er hier die Fäden in der Hand hält. Sein Name ist George Herbert Earl of Carnarvon und er ist sehr, sehr reich. So reich, dass er sich einige außergewöhnliche Dinge leisten kann. Dazu gehört zum Beispiel das riesige Anwesen, in dessen Büro er gerade mit seinem Gast diskutiert, mit den grünen Gärten drumherum. Oder die Sammlung ägyptischer Antiken, die ein paar Räume weiter ausgestellt ist und jedes Jahr größer wird. Lord Carnarvon, wie er meistens genannt wird, hat eine regelrechte Sucht nach ägyptischen Altertümern entwickelt. Er lässt seit Jahren danach graben und heute wird sich entscheiden, ob es noch ein weiteres Jahr genau so weitergehen soll. Carnarvon ist den anderen englischen Gentleman aus seiner Zeit voraus. So sieht er sich zumindest. Während viele seiner adeligen Kollegen und auch einige ihrer Frauen zwar Interesse an antiken Artefakten aus Ägypten haben, geht es den meisten hauptsächlich um den spirituellen Charakter. Sie wollen sich gruseln und manch einer hat in jungen Jahren noch auf sogenannten Mumienpartys im kleinen Kreis tote Körper ausgewickelt. Das war legit voll das Ding damals. Da wurden Mumien in irgendwelche reichen Herrenhäuser gebracht. Die haben sich dann zusammen, zum Beispiel, ich glaube, bei einem Deutschen um so einen Billardtisch gestellt. Ja, der Billardtisch, genau. Und die haben die dann ausgewickelt und geguckt, ob da noch irgendwelche Amulette drin liegen oder sowas. Irgendwas, was halt direkt am Körper der Leiche mitbegraben wurde. Lord Carnarvon hat das gehasst. Der hat das richtig verabscheut. Der war ein Typ, der will einfach Wissenschaft betreiben. Klar, fasziniert ihn auch das Magische, der Zauber solcher Objekte. Aber er weiß einfach, wie wertvoll sie für die Forschung sind. Und wie viel man aus ihnen über das Leben vor 3000 Jahren lesen kann. Nur eine Sache konnte er bis jetzt noch nicht für sich verbuchen. Diese Sache wäre das wertvollste, was ein Forscher zu seiner Zeit finden kann. Das ungeöffnete Grab eines ägyptischen Königs. Ich glaube, wir haben es mittlerweile schon mehrmals gehört. Das ist 1922. Also nach den ganzen Mumienpartys, nach den Packpapier- und Mumienpulver-Stories. Es gibt nicht mehr so viele mumifizierte Personen. Und wenn, dann liegen die meisten in längst geplünderten Gräbern. Du musst ja auch als Ägyptologe wissen, wo und wen du suchst. Vor allen Dingen, wenn du einen König suchst. Man findet zwar Hinweise, wer wann regiert hat und auch ein bisschen, wo die liegen. Aber das Problem ist, dass vor allen Dingen die Jahresangaben mega shitty sind im alten Ägypten. Weil die hatten keine konstante Zeitrechnung. Da steht dann da immer nur so, im 14. Jahr der Regierung Hatschepsuts ist das passiert. Und die Wissenschaftler denken sich auch so, who the fuck, wer ist das? Genau, da musst du quasi gucken, okay, wann hat jetzt Hatschepsut regiert. Und auch für den gibt es natürlich keine eindeutigen Zeiteingaben. Das ist eine riesige Kette, wo es natürlich auch Fehler gibt. Das heißt, niemand weiß irgendwas Konkretes. Und es geht noch ein bisschen schlimmer. Die Ägypter haben die Angewohnheit, wenn Könige oder Herrscher sterben, die einfach komplett auszurattieren. Das heißt, keine Ahnung, du hast irgendwie ein paar Steine, da steht Geburtsdatum drauf, wann er regiert hat. Und die Ägypter haben das dann ausgemeißelt, die Bildnisse verbrannt und so weiter. Das heißt, niemand weiß genau, wer wann an der Macht war. Was Lord Carnarvon aber weiß, ist, es gibt da diesen einen Herrscher, der immer noch nicht gefunden war. Der war ziemlich jung, hat nur ein paar Jahre regiert, hat jetzt auch nichts Krasses in seiner Regierungszeit gemacht. Aber der muss richtig prunkvoll bestattet worden sein. Sein Name ist Tut-Anch-Aton, beziehungsweise Tut-Anch-Amun. Er, der Amun dient, das ist die Übersetzung. So hat er sich dann selbst später genannt. Da sieht man auch mal, was für ein Hekkack die alten Ägypter mit ihren Göttern hatten. Aber es ist klar, der wurde noch nicht entdeckt. Und das Grab muss prächtig sein. Das wird hier auf keinen Fall ein leichtes Unterfangen. Dafür braucht man eben nicht nur viel Geld, sondern auch eine Menge Erfahrung und eben ordentlich Ausdauer. Lord Carnarvon selber, der ist schon weit über 50. Er hatte einen Straßenunfall vor einiger Zeit, hat jetzt nicht mehr die Kondition, sowas alleine durchzuführen. Daher hat er diesen kleinen, etwas dickeren Mann eingestellt, der ihm jetzt gegenübersteht. Howard Carter. Carter ist kein Adliger, dafür umso eifriger, wenn es um die Archäologie geht. Mittlerweile sind die beiden Männer schon enge Kollegen, irgendwie fast sowas wie Freunde. Zusammen haben sie schon mehrere Grabungen in Ägypten geleitet. Doch nach Jahren des Misserfolges wird jetzt das Geld knapp. Heute soll also entschieden werden, wie es weitergeht. Die Männer in Heikler Castle stehen gebeugt über der Karte. Sie zeigt einen Teil des berühmten Tals der Könige, einer Wüstenschlucht in Oberägypten, in der schon so viele große Funde gemacht wurden. Mittlerweile ist fast jeder Quadratmeter durchsiebt, entweder von ihnen selbst oder von anderen. Laut Carnarvon nennt sie abfällig Schatzsucher. Aber das nützt nichts. Etwas Großes gefunden haben die beiden nämlich noch nie. Nur alte, längst ausgeräumte Kammern und zerbrochene Gefäße. Trotzdem ist Kater fest davon überzeugt, dass da irgendwo noch etwas ist. Etwas, was immer noch unberührt in irgendeiner der unzähligen verschütteten Grabanlagen schlummert. Wir hatten jetzt mehrere Winter hindurch mit äußerst spärlichem Erfolg im Tal der Könige gegraben. Ist es richtig, nach diesen unfruchtbaren Jahren mit unseren Arbeiten hier fortzufahren? Noch immer war die Stelle am Fuß des Grabes Ramses des 16. näher zu untersuchen. Und ich hatte stets eine Art abergläubischen Gefühls, dass gerade in dieser Ecke des Tals einer der fehlenden Könige gefunden werden könnte. Die sogenannte Ecke des Tals ist das kleine, unbeschriebene Dreieck auf der Karte. Es gibt nur ziemlich wenig Hinweise darauf, dass ausgerechnet dort das Grab eines Königs zu finden ist. Kater will es aber unbedingt ein allerletztes Mal versuchen. Lord Carnivon dagegen winkt ab. Die Grabungen haben ihnen jetzt schon zu viel Geld gekostet. Dazu der Stress und die ständigen enttäuschten Erwartungen, wenn sie wieder mal mit leeren Händen nach England zurückkommen. Nein, das wird er sich hier nicht mehr antun. Traurig gibt der Kater eine Absage. Er wird kein Geld für eine weitere Grabung zur Verfügung stellen. Für Kater bricht eine Welt zusammen. Fast seine halbe Laufbahn lang hat er im Tal der Könige nach einem ungeöffneten Grab gesucht. Und jetzt, kurz vor der letzten Chance noch eins zu entdecken, macht sein Geldgeber das Portemonnaie zu? Immerhin gilt ihre Grabungslizenz noch ein ganzes Jahr lang. Kater richtet sich von der Karte auf. Er hat selbst kaum Geld, aber er will nicht aufgeben. Er schlägt Lord Carnivon vor, die Grabung selbst zu bezahlen. Carnivon weiß, dass Kater niemals so viel Geld aufbringen kann. Und so gibt der Lord nach. Eine letzte Grabung will er noch finanzieren. Danach ist endgültig Schluss. Die beiden ahnen nicht, dass dies wirklich seine letzte Grabung sein wird. Und dass ihr Erfolg schon bald von einer Reihe merkwürdiger, unerwarteter Todesfälle überschattet wird. So, in Highclere Castle werden jetzt die ganzen Vorbereitungen getroffen, Geräte zusammengestellt, Überfahrten gebucht. Und während die das alles machen, wollen wir uns nochmal über Howard Carter unterhalten. Der, der so dringend noch einmal nach Ägypten wollte und die Grabung ja auch notfalls selbst bezahlen wollte, obwohl er das niemals gekonnt hätte. Howard Carter ist die Hauptperson unserer Geschichte. Von ihm haben wir die Tagebucheinträge, die Logbucheinträge, die Berichte, diese Grabungsnotizen. Wir wollen hier vor allen Dingen seine Geschichte erzählen. Und das ist eigentlich die Geschichte von einem ewig getriebenen Mann. Wir haben es ja schon in Highclere Castle mitbekommen. Carter ist wie elektrisiert. Der will unbedingt weitergraben. Das kann so ein bisschen daran liegen, dass Carter und Lord Carnarvon zwar irgendwie Freunde oder sehr enge Kollegen zumindest sind, aber jetzt sieht man schon, wie unterschiedlich die sind. Carter ist nämlich extrem introvertiert. Megaschüchterner Typ, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Privat ist er ehrgeizig, manchmal auch sehr pedantisch. Und im Gegensatz zu Lord Carnarvon, der eher so ein Lebemensch ist, extrovertiert, schnell Freundschaften knüpft, macht sich Carter eher Feinde. Der hat nur wenig Freunde in Europa, vor allen Dingen eben wegen seiner sehr pedantischen, manchmal auch jezornigen Art. Ich habe das Gefühl, der ist auch manchmal einfach ziemlich aufbrausend, ne? Ja, ich glaube, das kommt daher, dass er auch in ziemlich armen Verhältnissen geboren wurde. Auch immer das Gefühl hatte, irgendwie weniger wert zu sein. Heute würde man das vielleicht Minderwertigkeitskomplex nennen, ich weiß es nicht. Also auf den ersten Blick ist es ein eher mürrischer, seltsamer Dude mit schickem Schnurrbart dafür, muss man sagen. Sehr, sehr präsenter Schnurrbart. Aber, wenn man Carter gut kennt, dann hat man den meistens richtig geschätzt. So ein bisschen wie Lord Carnarvon. Carter ist grundehrlich, er steht auch immer zu seinem Wort. Er hat ja auch schon vor unserer Geschichte eine lange Zeit in Ägypten gegraben. Da wollten sich mal so ein paar betrunkene Franzosen an seinen Studenten vergehen. Carter hat ein paar ägyptische Arbeiter gerufen. Dabei wurde einer der Franzosen sehr, sehr schwer verletzt. Genau, und das Ganze hat sich zu einer riesigen Geschichte ausgeweitet, in der Carter aber immer, 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 immer zu seinen Studenten gestanden hat. Das Problem zu der Zeit war, da kommen wir vielleicht auch später noch kurz drauf, Ägypten wurde zwar 1922 und auch davor formal von England beherrscht, aber wegen irgendwelchen weirden diplomatischen Verwicklungen hatte Frankreich immer noch die Finger bei den Grabungen im Spiel. Man musste sich also mit Frankreich gutstellen, um da graben zu können. Und die Franzosen, von denen einer halt verletzt wurde, weil er Mädchen vergewaltigen wollte eigentlich, haben sich jetzt beschwert beim französischen Konsulat. Und die haben zu Carter gesagt, so, du gibst uns jetzt hier eine formale Entschuldigung, sonst entziehen wir dir deine Lizenz. Carter hört sich das an, aber er lehnt ab. Und irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, wir kennen Carter so ein bisschen. Sturkopf, aber ey, wirklich stabil, weil ich meine, wofür will man sich entschuldigen, wenn da irgendwelche Leute meine Studentinnen vergewaltigen wollen und ich dem einen auf die Schnauze haue, so. England und Frankreich, die fanden das beide nicht so geil, das hat nämlich eine richtig fette diplomatische Krise ausgelöst. Die waren sich besonders in dieser ganzen Frage rund um Ägypten Spinnefeind. Und, wir dürfen nicht vergessen, Carter ist Engländer und dann Frankreich spielt das nochmal hoch. Am Ende wird Carter wieder arbeitslos und muss dann Postkarten an Touristen verkaufen. Zum Glück, zum Zeitpunkt unserer Story ist das schon ein paar Jahre her. Mittlerweile ist er bei Lord Carnarvon eingestellt. Ich finde, das zeigt aber irgendwie nochmal ganz gut seinen Charakter. Die packen in Highclere Castle ihre Sachen, Carter reist schon mal vor. Und als er dann in Ägypten ankommt, hat er irgendwie vorher verlauten lassen, hey, Achtung, ich komme in Begleitung. Junge, stell dir das vor, alle ägyptischen Freunde, yes man. Geil, der hat endlich eine Frau, ich meine, der ist schon 48, die freuen sich natürlich. Ja, und dann kommt raus, seine Begleitung ist keine Frau, es ist einfach sein Kanarienvogel. Der übrigens auch noch eine Rolle in dieser Geschichte spielen wird. Die Ägypter sagen zumindest, dass er Glück bringen wird, solange er lebt bei den Grabungen. Aber es ist einfach, also Carter ist auch bis an sein Lebensende Junggeselle geblieben. Der hat nie geheiratet, hat nie Kinder bekommen und war auch außerhalb von Ägypten nie wirklich in der High Society, in die er immer rein wollte. Mit Kanarienvogel, Ausrüstungsgegenständen und seiner Grabungslizenz kommt Carter also am 28. Oktober 1922 in Ägypten an. Sein Auftraggeber, Lord Carnivan, will in ein paar Wochen nachkommen. Carter übernimmt das lästige Organisieren. Er bestellt Vorräte, schreibt Gehaltslisten für sein Team und weist seine Assistenten ein. Die meisten Arbeiter sind ägyptische Bauern. Sie werden für die Grobarbeit eingesetzt und müssen in der heißen Sonne Stein um Stein abtragen. Doch Carter zahlt gut und behandelt seine Untergebenen mit Respekt. Am 3. November beginnen dann die Arbeiten im Camp. Die Männer graben mit Hacken und Schaufeln im Gebiet des kleinen Dreiecks auf der Karte. Die Arbeit ist schweißtreibend und die Sonne brennt nach wie vor vom Himmel herab. Kinder bringen den Männern Wasser in Tonkrügen. Der erste Tag verläuft erfolglos. Doch am Morgen des 4. November, als einer der Wasserjungen auf der Grabungsstelle gerade seinen Tonkrug in den Sand stellen möchte, da passiert etwas Merkwürdiges. Der Krug stößt auf etwas Hartes. Die Mulde ist nur einige Zentimeter tief und darunter liegt ein glatt behauenes Stück Fels. Der Junge rennt weg, ruft sofort einen Vorarbeiter, nach und nach legen dann alle ihre Schaufeln zur Seite und versammeln sich um dieses merkwürdige Stück altem, offensichtlich von Menschen behauenem Stein. Als Carter wie gewohnt etwas später ins Camp kommt, merkt er schon, dass irgendetwas nicht stimmt. Dann sieht er, was der Wasserjunge entdeckt hat und wird nervös. Der behaune Stein sieht aus wie das erste Stück einer Treppenstufe. Hier könnte tatsächlich der Eingang zu einem Grab liegen. Die ganze Crew ist aufgeregt. Sie lassen die Mittagspause ausfallen und graben fieberhaft weiter. Nach und nach werden mehr Stufen freigelegt. Es ist tatsächlich eine uralte Treppe, die immer tiefer in den Fels führt. Bis in die Nacht arbeiten sie weiter. Carter besteht darauf, allen Schutz sorgfältig wegzuräumen und ja, nichts zu beschädigen. So zieht sich die Grabarbeit bis in den nächsten Tag. Doch was dann zutage kommt, verschlägt Carter fast die Sprache. 5. November. Als die Sonne gerade unterging, hatten wir uns bis zur 12. Stufe vorgearbeitet. Dahinter lag der obere Teil einer verschlossenen, mit Mörtel bestrichenen und versiegelten Tür. Dies war wirklich der Eingang zu einem Grab und augenscheinlich noch völlig intakt. Da waren Abdrücke von Siegeln auf dem Stein. Anubis, das Symbol für einen König. Über neun Feinden. Dieses Grab muss mindestens seit der 20. Dynastie unberührt geblieben sein. Die Siegelabdrücke deuteten darauf hin, dass es jemandem von hohem Rang gehört haben muss. Carter hat kein Schimmer, was hier liegen könnte. Das Grab ist nirgendwo verzeichnet oder erwähnt. Nur eins ist klar, die Tür ist immer noch versiegelt. Er telegrafiert dann an Lord Carnarvon ein ziemlich bekanntes Telegramm. Und zwar, dass der nach Ägypten kommen soll, bitte schnell. Er hätte etwas Unfassbares entdeckt. Dabei weiß er noch gar nicht, was es ist. Er weiß nur, dass es krass ist. Bis zur Ankunft von Carnarvon lässt Carter die Grabungsstelle erstmal unberührt. Er will die Tür unbedingt zusammen mit dem Lord öffnen. Solange bleibt sie dann eben geschlossen. Die nächsten zwei Wochen sind vielleicht die schlimmsten, die Carters neugieriger Geist jemals durchstehen musste. Wie ein Kind, was seine Süßigkeit erst nach dem Abendbrot essen darf, läuft er jeden Tag zum Camp, vergewissert sich, dass das alles doch kein Traum war und wartet ungeduldig auf die Ankunft des Lords. Am 24. November ist es soweit. Carter und Lord Carnarvon steigen die insgesamt 16 Stufen zur versiegelten Tür hinab. Sie kratzen den Staub vom 3000 Jahre alten Putz und finden ein weiteres Siegel. Darauf steht in Hieroglyphen geschrieben, Neb-Sheperu-Re, der Thronname des fast vergessenen Königs Tut-Anch-Ammun. Das heißt, Carter hat hier das Grab entdeckt, nachdem sie so unfassbar lange gesucht haben. Das Grab Tut-Anch-Ammuns. Sie haben es jetzt also endlich gefunden. Gleichzeitig merkt er aber auch, sie sind nicht die Ersten. Denn das Grab ist zwar versiegelt, es wurde aber in der Antike schon zweimal geöffnet und dann quasi danach erst wieder versiegelt. Von wem ist unklar. Aber ich glaube, jeder kennt die Geschichten über die super wertvollen Grabbeigaben aus Gold. Und es ist irgendwie kein Wunder, wenn tatsächlich Grabräuber dort waren und Teile ausgeräumt haben. An der Stelle habe ich mich gefragt, was ist eigentlich unheimlicher, wenn du vor so einer versiegelten Tür stehst und im Begriff bist, in so ein Grab reinzugehen? Ist es unheimlicher, wenn das noch völlig unberührt ist oder wenn du weißt, da waren Grabräuber drin? Vielleicht sind die Grabräuber ja auch immer noch drin. Ja, das wäre der unheimlichste Fall. Ja, ja, ja. Dass die in irgendwelchen Fallen hängen oder so. Ja, und du kommst rein und du siehst dort gestorben. Immerhin, nach diesen zwei Wochen ist Carter nicht mehr allein. Ein aufgeregter Lord Carnarvon steht hinter ihm, als sie vorsichtig Stein um Stein von der ersten Tür abtragen. Dahinter sehen sie nichts. Nur einen stockdunklen Gang, der noch tiefer in den Fels hineinführt. Es ist kühl hier unten, ein schwacher Luftzug weht aus der Schwärze zu ihnen empor. Ihre Füße knirschen, als sie sich langsam Schritt für Schritt in die Dunkelheit bewegen. Überall liegt Schutt. Man kommt nicht weiter. Zwischen den Geröllbrocken liegen zerbrochene Krüge, Vasen und Kisten voller Staub. Dieser Ort wurde also wirklich schon einmal besucht und die Grabräuber haben hier eine furchtbare Unordnung hinterlassen. Drei Tage dauert es, bis das Grabungsteam den Schutt und die Holzsplitter aus dem Gang geräumt hat. Carter dokumentiert jedes einzelne Fundstück. Bis jetzt ist kaum etwas Nennenswertes dabei. Aber endlich ist der Korridor frei. Acht Meter erstreckt er sich in die Dunkelheit. Die Wände sind grob behauen. Es geht fast 40 Grad abwärts. Mit einer Kerze in der Hand tapsen Carter und Lord Carnarvon über den Steinboden. Ehrfürchtig betrachten sie die 3000 Jahre alten Meißelabdrücke an den Wänden. Es muss eine furchtbare Arbeit gewesen sein, sie in den Fels zu treiben. Am Ende des Ganges leuchtet eine Wand im Kerzenschein auf. Carter betrachtet sie näher. Es ist eine Tür aus etwa 90 Zentimeter dickem Stein. Eine zweite Blockade, um das, was auch immer dahinter liegt, vor Eindringlingen zu schützen. Der Mörtel ist bröselig. Carter bricht vorsichtig eine winzige Öffnung in die Versiegelung. Ein pechschwarzes Loch öffnet sich. Mit einer Eisenstange tastet er behutsam hindurch. Er fühlt nichts. Keine Blockade und kein Geröll. Nur uralte, stickige Luft. Hinter dieser Öffnung muss also ein gigantischer Hohlraum liegen. Was auch immer darin zu finden ist, es wurde anscheinend nicht von Geröll begraben. Aus irgendeinem Grund scheinen die Grabräuber hier nicht mehr weitergegangen zu sein. Carter kennt Geschichten von Faulgasen, die sich in alten Gräbern entwickeln und tödlich sein können. Vorsichtig bricht er noch mehr Steine aus der Öffnung. Sie ist jetzt so groß wie ein Fußball. Dahinter nur unergründliche Schwärze. Angespannt hält er das flackernde Licht der Kerze in die Dunkelheit. Sie flimmert, aber er lüscht nicht. Dann beugt er sich vorsichtig nach vorn und steckt langsam seinen Kopf durch das Loch in den Hohlraum. Zuerst konnte ich nichts sehen. Die Luft aus der Kammer brachte die Kerze zum Flackern. Als meine Augen sich aber an das Licht gewöhnten, tauchten bald Einzelheiten im Innern der Kammer aus dem Nebel auf. Seltsame Tiere, Statuen und Gold. Überall glänzendes, schimmerndes Gold. Für den Augenblick war ich vor Verwunderung stumm. Als Lord Carnarvon die Ungewissheit nicht länger ertragen konnte und ängstlich fragte, können Sie etwas sehen? War alles, was ich herausbringen konnte, ja, wunderbare Dinge. Wir müssen dazu sagen, es gibt tatsächlich ziemlich verschiedene Aufzeichnungen darüber, was genau in diesem Moment abgelaufen ist. Manche sagen, hey, Kata hat breitwillig Platz für Carnarvon gemacht. Andere sagen, nee, der hat keinen Platz gemacht, der musste einfach von der Öffnung weggezerrt werden. Ja, kann man ja auch voll verstehen. Wenn der sein halbes Leben nach sowas gesucht hat und dann kriegst du gleich eins der schönsten oder vielleicht das schönste Grab Altägyptens unberührt vor das Gesicht. Da müsste ich glaube ich auch weggezerrt werden. Absoluter Wahnsinn. Wir haben hier ein Bild im Skript. Wir wissen genau, ihr seht es nicht, aber wir versuchen das jetzt mal so gut wie möglich zu beschreiben. Ich habe gelernt, das heißt Mauerschau, wenn man das tut. Wenn man ein Bild in einem Podcast beschreibt. Naja, das kommt glaube ich aus dem Theater, wenn man was beschreibt, was die ZuschauerInnen nicht sehen können. Das ist eine Mauerschau. Krass, ich bin auf jeden Fall sehr schlechter drin. Wir machen das jetzt mal. Es ist ein sehr bekanntes Bild, ihr könnt es googeln. Wenn ihr Tutankhamun Grab eingebt, dann ist es eins der ersten, was kommt. Das ist das, was Kata sieht. Genau, ich glaube es ist schwarz-weiß oder in so einem Sepiaton. Also ich kenne hier nur zwei Farbabstufungen. Das eine ist so weiß-gelblich und das andere ist halt einfach schwarz. Und es sieht so ein bisschen aus wie der Dachboden, den Tore und ich damals hatten, bevor Tore sich überlegt hat, da sein Zimmer rein zu pflanzen. Ja, genau. Es sieht aus wie ein unaufgeräumter Dachboden. Überall stehen irgendwelche Geräte, überall stehen irgendwelche Möbel, Kisten, Truhen, Statuen. Sieht erstmal nicht so besonders aus, muss ich sagen. Aber Tore und ich, wir sind beide Kinder des Internets und wir kennen natürlich genügend Programme, mit denen man einen Farbfilter herunterladen kann und über dieses Bild streuen kann. Das haben wir auch gemacht. Plötzlich war es nicht mehr Sepia oder Schwarz-Weiß oder was auch immer, sondern leuchtend, leuchtend bunt. Vor allem golden. Ja, und das muss man sich klar machen. Das, was man auf diesem Schwarz-Weiß-Foto in so komischen Sepiatönen sieht, ist alles Gold. Statuen, Truhen, ein ganzer Thron, sogar die Wände glänzen Gold im Schein der Kerzen. Fremdaussehende Tierköpfe stachen Kater an. Und der merkt jetzt, okay, hier wurde jemand richtig opulent bestattet. Kater schreibt auch über diesen Moment. Er sieht das Grab, er schaut rein und auf einmal packt ihn so ein unbändiges Gefühl, einfach reinzugehen, alles mitzunehmen und irgendwie nach draußen zu bringen. Also wahrscheinlich auch das gleiche Gefühl, das die Grabräuber damals hatten. Das hat sich der gewissenhafte Kater natürlich verkniffen, denn es geht noch weiter. Obwohl da unfassbar prächtige Dinge drin rumliegen, auf den ersten Blick sieht er keinen Sarg, keine Mumie, keine richtige Grabkammer. Es ist der Tag, Kater und Carnivan finden endlich das lange gesuchte Grab, aber die ersten Schatten ziehen auf. Zwei Stück, um genau zu sein. Die erste ist ein Reporter, der über Lord Carnivan spricht und der sagt, hey, Carnivan ist in letzter Zeit irgendwie so schwerfällig geworden. Der hat Probleme, sich zu bewegen, Probleme, irgendwie richtig dabei zu sein. Und im letzten Satz sagt er dann ganz scherzhaft, hey, der hat ja maximal noch sechs Wochen zu leben. Und Carters Begleitung stirbt. Der Kanarienvogel, mit dem er vor ein paar Wochen nach Ägypten gereist ist, stirbt bei der Entdeckung des Grabes. Wahrscheinlich von einem Biss durch eine Kobra, genau geklärt ist das auch nicht. Für die Ägypter, die dort an dem Grab arbeiten, bedeutet das aber großes Unglück, denn sie haben ja gesagt, solange der Vogel lebt, bringt er uns großes Glück. Und Kobras spielen in der ägyptischen Mythologie eine wichtige Rolle. Ich glaube, jeder von euch kennt diese aufgerichteten Kobras, die denjenigen, der das Bild anguckt, meistens auch direkt angucken. Das sind ja quasi die Beschützer des alten Ägyptens. Und irgendwie passt es ziemlich gut zusammen. Am Kater findet das Grab. Der Tod von Carnivan wird vorausgesagt. Und danach stirbt noch der Kanarienvogel, ausgerechnet durch eine Kobra. Klar, dass sich die Zeitungen da direkt drauf gestürzt haben. Und dieser Fluch des Pharaos das erste Mal seine Erwähnung findet. Ja, hier kommt er ins Rollen. Und wir werden da auch noch weiter drüber sprechen müssen. Erstmal wird die Wand also komplett aufgebrochen. Dann räumen Kater und sein Team Stück für Stück jedes einzelne Artefakt aus der Kammer, solange bis sie fast leer ist. Doch so sehr Kater auch sucht, den Sarg, den findet er nicht. Nur eine merkwürdige Stelle an der gegenüberliegenden Wand. Dort stehen zwei lebensgroße Statuen. Ihre Augen blitzen im Lampenlicht. Irgendwie sieht es fast so aus, als würden sie etwas bewachen. Und zwischen den beiden scheint der Putz ziemlich unregelmäßig zu sein. Kater betrachtet die Stelle eingehend. Sein Lichtkegel fährt über den groben Stein. Da erkennt er eine Lücke. Sie ist nur sehr dünn und vom Putz verdeckt. Doch nach und nach kommen die Umrisse einer dritten Tür zum Vorschein. Die Schatzkammer war nicht das Ende ihrer Suche. Es geht noch weiter. Die versteckte Tür ist wieder aus massivem Stein. Kater braucht einen Vorschlaghammer, um ein paar Steine zu lösen. Das Echo von Metall auf uraltem Stein hallt in der kleinen Kammer wieder. Ein paar Brocken fallen auf den Boden. Kater hat ein kleines Loch oben in die zwei Meter hohe versiegelte Tür geschlagen. Doch diesmal fällt der Schein seiner Lampe nicht in eine schwarze Finsternis. Direkt hinter der Öffnung werden sie von einer massiven Wand aus Gold reflektiert. Der ganze Raum dahinter scheint mit einem riesigen goldenen Ding gefüllt zu sein. Und jetzt sind sich Kater und Lord Carnarvon sicher. Das hier ist das Heiligtum der Grabstätte. Sie haben den Sarkophag gefunden. Kater und Carnarvon entdecken das Grab, tut Antiamuns etwa vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Die Zeitungen sind gespickt mit schlechten Nachrichten. Hier tobt gerade ein weiterer Bürgerkrieg in China. Dort rebellieren Menschen in Irland. Und die goldenen Zwanziger, so wie die Jahre dann später genannt werden, stecken gerade noch in ihren Kinderschuhen. Als das Grab dann tatsächlich geöffnet wird und die beiden Forscher bestätigen können, dass es sich wirklich um den längst vergessenen König Tutankhamun handelt, verbreitet sich die Nachricht in der ganzen Welt. Und der Fund wird ein unfassbares Medienspektakel. Das sind nur zwei beispielhafte Schlagzeilen, die in den Zeitungen veröffentlicht wurden. Doch die geben ziemlich gut wieder, was hier passiert. Die Ausgrabungsstätte ist längst ein Touristenschauplatz und überall tummeln sich Vertreter der Presse. Viele von ihnen bekommen nicht mit, was gesehen oder besprochen wird, schicken aber trotzdem Telegramme mit den krassesten Schlagzeilen an ihre Zeitungen. Kater und Carnarvon reicht es. Am 29. November 1922 öffnen sie das Grab noch einmal, diesmal etwas formeller. Mit dabei sind viele britische und ägyptische Amtspersonen plus die Presse der ganzen Welt. Alles läuft gut. Doch besonders die Reporter sind über diese schiere Masse an Gold, an Verzierung und an Beilagen einfach komplett außer sich. Sie reiten also schnell zurück und schicken in ihren Hotels lange Telegramme an die Heimat. Das Grab sei unglaublich, einfach jenseits aller ihrer Träume. Noch am gleichen Tag gehen die Berichte in den Druck und am nächsten Tag dann einmal um die ganze Welt. Kurz konnten Kater und Carnarvon aufschnaufen, doch jetzt versammelt sich die Presse der ganzen Erde in dem stillen Tal der Könige. Es gibt zwei Hotels in der Nähe. Das Winterpalast Hotel und das Hotel Luxor. Bislang haben ihre Zimmer für Presse und Touristen ausgereicht, doch der neue Strom an Menschen ist selbst für die beiden Hotels zu viel. Sie sprechen sich ab, beginnen damit Armeezelte zu kaufen und in ihren Gärten aufzubauen, einfach um möglichst allen Anfragen einen Schlafplatz bieten zu können. Das Problem ist, dass beide Hotels nicht im Tal der Könige liegen. Ihr Standort und das Grab Tutankhamuns trennen viele Kilometer Wüste plus einen breiten Fluss, den Nil. Schnell telefonieren die Vertreter herum und organisieren als erstes Nilboote. So etwas kleinere Beibote, mit denen man den Nil relativ gut passieren kann. Nilboote gibt es zu der Zeit nicht viele, doch plötzlich verbreitet sich die Nachricht, wie viele Menschen jetzt Unsummen für die Fahrt bezahlen würden. In den kommenden Tagen stehen dann ganze Flotten von Booten im Wasser. Für einen unwissenden Dritten muss es so ausgesehen haben, als würde hier auf dem Nil gleich eine riesige Schlacht steigen. Die Unmengen an Journalisten und Touristen kommen also auf diesen Nilbooten über das Wasser. Dann wartet noch ein Kilometer weiter Weg durch die Wüste. Die Reporter sind so weit entfernt, dass Laufen mit dem ganzen Equipment nicht möglich wäre und wahrscheinlich auch viel zu lange dauern würde. Pferde, Esel, Kamele werden gebucht und bezahlt, dann beginnt ein wilder Ritt durch die Wüste, immer in Richtung des Grabes. Abends folgt das gleiche Spiel. Ist die Ausgrabung für den Tag beendet, strömen die tausenden Pressevertreter wieder zurück in die Hotels. Diesmal ist es aber eher ein Wettrennen. Jeder will die neuesten Nachrichten als erster in seine Zeitung schicken und sich so die besten Schlagzeilen sichern. Die mit Gold und Edelstein gefüllte Höhle Alibabas scheint im Vergleich zu Tutankhamuns Grab wie ein Trödlerladen und Aladins Wunderlampe hat nie solche Schätze erleuchtet, wie sie die Lichter den wenigen Glücklichen gezeigt haben, die sie gestern in der Grabkammer sehen durften. New York Times, 18. Februar 1923 So beginnt die New York Times ein ihrer Berichte über das Grab und die bisherigen Funde. Kunstexperten werden herangezogen und verfassen vorläufige Schätzungen über den Wert der bisherigen Funde. Unsere Quellen haben gesagt, es sind ungefähr 30 Millionen D-Mark, sprich 15 Millionen Euro. Ja, das ist natürlich schwer. Es ist schwer. Das war 30 Millionen D-Mark zum Zeitpunkt 1999. Ole hat sich angestrengt und hat es ausgerechnet und ich habe das mit dem Milchpreis damals abgeglichen. Ich glaube, Milch ist so ein Gut, was jeder irgendwie kauft. Heute bezahlt man für Milch ungefähr 1 Euro bis 1,20 Euro. Damals war Milch ordentlich günstiger und mit diesem Geld hätte man 68.181.818,2 Liter Milch kaufen können. Also 68 Millionen Liter Milch, das ist super viel und das ist die beste Maßeinheit, die wir hier hatten. Und es wurde gemessen, bevor die Hyperinflation stattgefunden hat. Und ohne die bisher ungeöffneten Schätze in den Sakrophagen und in den Schränken. Die kategorisieren und katalogisieren alles, was geht, was da aus dem Grab rausgetragen wird, nur um eben einfach gute Schlagzeilen zu haben. Und es wäre nicht die Presse, wenn sie nicht auch Falschmeldungen rausbringen würde. Zum Beispiel über eine angebliche Maus, die da anscheinend im Grab haust und alle Wertsachen in der Zeit, in der nicht gegraben wird, anknabbert. Die gab es tatsächlich überhaupt nicht. Es war ein relativ langweiliger Tag und eine Zeitung hat sich entschieden, einfach mal darüber zu schreiben. Um diesen Tag zu überbrücken. Das ist für Carter und Carnivan natürlich ein heftiges Problem. Klar, sie haben das Grab entdeckt. Aber der ganze Stuff da drin gehört ihnen ja nicht. Carter stört das irgendwie mehr als Carnivan. Und Carnivan ist trotzdem derjenige, der dann eine folgenschwere Entscheidung treffen wird. Er setzt sich mit einem Vertreter der Times zusammen, damals schon eine führende Zeitung, und unterschreibt einen Exklusivvertrag. Heißt, ich erzähle euch jeden Tag, was passiert ist und dafür bekomme ich dann Geld. Dieser Exklusivvertrag wirft richtig viel ab. 25.000 Euro pro Tag, egal was Carnivan erzählt, plus drei Viertel der Einnahmen der Times, wenn sie die Schlagzeilen an andere Zeitungen verkauft. Das freut die Times, das freut Carnivan auch. Klar, aber die anderen Zeitungen freut das nicht besonders. Das Grab ist eben Bestandteil altägyptischer Geschichte und irgendwie kein Ding, mit dem man viel Geld machen sollte, nur weil man es gefunden hat. Ja, und das ist so ein bisschen die Problematik. Carnivan und Carter sagen zwar, uns gehören die Antiken, die dort gefunden werden, nicht. Trotzdem schließt Carnivan diesen Exklusivvertrag ab, der ihm ja quasi dann die Bild- und Geschichtsrechte an diesen Artefakten gibt. Carter feiert die Aktion auch überhaupt nicht. Carnivan sagt zwar, er will seine eigenen Investitionen bezahlen, mit denen er hier das alles finanzieren konnte. Am Ende spielt es aber keine große Rolle mehr. Und die Öffentlichkeit ist besser über gegenseitige Verleumdungskampagnen informiert, als über das ganze Grab und auch über das Schicksal Tut-Anch Amuns. So nimmt der Presseschwall kaum ab. Viel mehr Zeitungen und Reporter schauen jetzt vorbei. Vielleicht sind sie ja diejenigen, die die Entdeckung des Tages machen. Und tausende reiche Menschen aus aller Welt kommen vorbei. Nicht nur die Ägypter, auch viele Herren und Damen aus Europa, Amerika und Japan. Wahrscheinlich in der Hoffnung, sie könnten hier das Grab besichtigen. Doch Carter und Carnivan lassen keinen rein. So stehen sie alle vor der Steintreppe und sehen zu, wie die Schätze hinausgetragen werden. Fand ich übrigens ein richtig lustiges Bild. Ich hab mir Bilder angeguckt dazu. War das das, wo diese Damen mit den Schirmen da auf den Steinblöcken sitzen? Das hab ich nicht gesehen. Das klingt auch wild. Ich hab nur gesehen, wie man ganz klar nicht an Gesichtern, nicht an der Haut, sondern nur an der Kleidung sehen konnte, wo die Leute herkommen. Es war Wüstentemperatur. Selbst im Grab waren es irgendwie 50 Grad, draußen immer noch 40. Dann stehen die Japaner in so dicken schwarzen Anzügen da. Ist komplett egal, wie warm es ist. Die gibt an diesen weißen, lockeren Gewändern, sind noch ganz gut gekleidet. Also ganz wild auf jeden Fall. Den beiden Forschern geht es selbst nicht viel besser. Sie stehen beide kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Die anfängliche Freude und Euphorie über den Fund des Grabes, die sind schnell gewichen. Stattdessen führen sie jetzt lange und absolut niederschmetternde Auseinandersetzungen mit der Presse. Und sie trauen sich selber kaum noch über den Weg. Im März 1923 planen sie ein Treffen in Carters Haus, doch wieder streiten sie. Kurz darauf schreien sie sich an. Carter brüllt. Er würde es Carnivan von jetzt an verbieten, sein Haus noch ein einziges Mal zu betreten. Eine echt ziemlich, ziemlich harte Regel, die Wirkung zeigt. Von jetzt an wird Carnivan Carters Haus nie wieder betreten. Vielleicht liegt es an Carters Worten, viel wahrscheinlicher aber an Carnavans eigener Gesundheit. Noch im gleichen Monat wird er von einem Insekt in seine rechte Wange gestochen. Erst juckt es eine Zeit lang, doch dann entzündet sich die Stelle. Es sieht aus wie ein einfacher Moskito-Biss, doch die eigentliche Ursache ist viel fataler. In Ägypten gibt es seit tausenden von Jahren kleine Käfer, die sich von totem, organischem Material ernähren. Und einer davon hat Carnivan gebissen. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich immer weiter. Tage danach liegt er in einem Hospital. Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn reisen zu ihm. Die drei sind gleichzeitig die letzten Menschen, die ihren Mann und Vater lebendig sehen. Völlig versteift und fertig liegt Carnivan in seinem Krankenbett und dreht sich immer wieder auf die Seite. Ein letztes Mal flüstert er noch, ich bin bereit. Das sind dann seine letzten Worte. Die offizielle Todesursache wird schnell gefunden. Carnivan litt an einer Lungenentzündung und einer Rippenfellentzündung, beide hervorgerufen durch den Käferstich. Doch die inoffizielle Todesursache steht für die meisten Menschen jetzt schon fest. Das Grab sei eben einfach verflucht. Carnivan hatte die Ruhe der Toten gestört und jetzt dafür bezahlt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Reporter und seine Diagnose. Die sechs Wochen haben sich auf den Tag genau erfüllt. Und was jetzt losgetreten wird, ist eine Lawine aus Okkultismus. Klar, es gibt auf der ganzen Welt Menschen, die an so Zeugs glauben. Doch in England meldet sich jetzt ein ziemlich bekannter Autor zu Wort. Sir Arthur Conan Doyle. Bekannt geworden durch seine Bücher über Sherlock Holmes, diesem nie irrenden, super schlauen Detektiv. Doyle erklärt, vielleicht seien Strahlen im Grab versteckt gewesen. Die hätten sich bei der Öffnung ausgebreitet, hätten Carnivan getroffen und bei ihm die todbringende Krankheit ausgelöst. Das ist physikalisch gesehen ziemlicher Unfug. Doch Doyle hat die gleiche Stimme wie sein immer bekannter werdender Buchheld Sherlock Holmes, dem Mann, der sich niemals irrt. Und so entsteht in England eine Massenpanik. Massenpanik trifft das Ganze ziemlich gut. Die Leute sitzen zu Hause und wissen, hey, auf dem Dachboden habe ich glaube ich noch auch so ein paar Sachen, die auch aus einem Grab sind. Wir erinnern uns an die Mumienpartys und die Sammlerwut, vor allen Dingen englischer Gentleman, ja. Genau, und alte ägyptische Sachen waren immer ein relativ beliebtes Geschenk, was man gerne da behalten hat. Und voll viele sind jetzt so, hey, wenn da wirklich ein Fluch drauf ist, dann sollte ich die Sachen vielleicht besser loswerden. Das heißt, sie verschicken ihre Pakete mit ihren eigenen ägyptischen Antiquitäten jetzt an englische Museen. Zum Beispiel verschrumpelte Hände und Füße von mumifizierten Personen, hölzerne Statuen und einen alten Leichnam, der zusammengedrückt in einer alten Glasvitrine liegt. Der Mann ist deutlich älter als Ägypten, Forscher datieren sein Geburtsdatum etwa auf 7000 vor Christus, also in die Jungsteinzeit. Die New York Times titelt, Carnivans Tod nährt Theorien vom Fluch des Pharao in Großbuchstaben. Auf der gleichen Seite, deutlich kleiner am Rand, die kurze Meldung, Lenin schwer krank, er kann jeden Augenblick sterben. Ja, und das schießt natürlich den Vogel ab. Da liegt ein unfassbar bekannter kommunistischer Revolutionär im Sterben, der Chef der Sowjetunion quasi. Und das findet so eine kleine Randanmerkung, während The Times dann über den Fluch des Pharaos spricht. Es ist so ein kompletter Wahnsinn, aber ich finde, dass The Times so groß darüber titelt, zeigt eigentlich schon, welche Rolle der Aberglaube damals gespielt hat. Forscher und Museen wenden sich auch an die Öffentlichkeit und sagen, hey Leute, das ist völliger Schwachsinn. Bitte behaltet eure Hände. Gibt es nicht, es gibt ihn nicht. Bitte bleibt alle ruhig, aber es bringt überhaupt nichts. Carter ist ja noch am Leben. Und da stellt sich die offensichtliche Frage, wieso lebt der eigentlich noch, wenn Carnavan durch den Fluch des Pharaos ja offensichtlich gestorben ist. Und da entwickelt sich schnell eine neue Theorie. Man sagt, hohe Priester hätten bei dem Begräbnis einige Grabbeigaben mit Gift bestrichen. Genau, und Carter ist ja selbst professioneller Ägyptologe. Im Gegensatz zu Carnavan, der ist es nicht. Also wusste Carter, was man anfassen kann. Und Carnavan hätte die falschen Sachen angefasst und sei daraufhin durch das Gift gestorben. Als der April endet und der Sommer vor der Tür steht, hat sich eine kleine Gruppe an Menschen in Highclere Castle versammelt. Zusammen halten sie eine Trauerfeier ab, dann verschwindet Lord Carnavan in einem kleinen Grab. Bis heute weiß man nicht, wo er begraben wurde und warum nicht in der Nähe eines Friedhofs oder einer Kapelle. Doch klar ist, der Mann war selbst ein Grabräuber. Vielleicht hatte er Angst vor Menschen, die ihn in seiner eigenen ewigen Ruhe stören wollen. Nach seinem Tod folgt noch ein letzter Beitrag in der Times, den letzten, den Carnavan je selbst geschrieben hat. Und darin steht, Bitte lasst Tutankhamun dort liegen, wo er beigesetzt ist. In seinem eigenen Grab in Ägypten. Für Carter steht der Sommerurlaub bevor. Doch weil Carnavans Arrangement mit der Times nicht mehr gilt, schauen jetzt wieder ganz viele kleine Zeitungen bei dem Grab vorbei. Klar, Carter hat sich die ganze Zeit davor noch über die Monopolstellung mit der Times aufgeregt, doch jetzt nerven ihn die lauter kleinen Reporter nur noch. Er setzt sich also mit der Times auseinander und erstellt einen neuen Vertrag für die Zusammenarbeit. Dann macht er sich zurück auf den Weg nach England. Bis Oktober bleibt er dort, dann kehrt er ins Tal der Könige nach Ägypten zurück. Und erst jetzt können sie weiter in der Grabkammer forschen. 84 Tage dauert es, bis die vier riesigen Schreine vollständig ausgegraben wurden. An der Tür des Ersten steht, Herr der Herrscher, Tutankhamun wird ewig leben in ewiger Ruhe. Die zweite zeigt ein Bild von Isis mit dem Text, Ich bin zu deinem Schutz gekommen, du bist mein Sohn. Erhebe dein Haupt, um Reh zu sehen. Stehe auf, gehe wohin du magst, wandle wie zuvor, bis in alle Ewigkeit. Der dritte zeigt die Worte, Ich bin zu deinem Schutz gekommen, dein Haupt und dein Körper sind eins. Ich habe dir die Unsterblichkeit gegeben, dein Haus möge ewig bestehen, so wie Reh ewig ist. Du lebst. Und dann kommen sie zum letzten großen Schrein. Dort stehen deutlich weniger Hieroglyphen als vorher, und Kater entziffert den Satz, Ich habe das gestern gesehen, ich kenne das morgen. Dahinter liegt das, auf das wir alle gewartet haben. Ein schwerer Sarkophag, darin hoffentlich die Leiche Tutankhamuns. Zum 12. Februar 1924 lädt Kater 19 Gäste ein. Größtenteils Archäologen, hohe Beamte und andere wichtige Personen des öffentlichen Lebens. Am späten Mittag beginnt das Spektakel. Der Sark des Ägipters ist bereits mit Leinen und Ketten versehen, sie alle gehören zu einem komplizierten Flaschenzugssystem. Klar, sie wollen auf keinen Fall etwas beschädigen. Einen halben Meter ziehen sie den Deckel des Sarges nach oben, dann stoppt Kater. Doch Ernüchterung macht sich breit. Im Sarg liegt nur ein blasses Leinentuch. Das Entfernen der Leinenabdeckung war leichte Arbeit, verglichen mit dem, was wir davor tun mussten. Aber sie enthüllte eine unglaubliche Sache. Der dritte Sarg ist aus massivem Gold gefertigt. Das erklärt das hohe Gewicht, worüber wir uns immer gewundert hatten. Die Menge an Gold muss damals ein unermesslicher Reichtum für Steinmetze oder Wasserträger gewesen sein. Erst sind die Männer ein bisschen enttäuscht über das Leinentuch, doch dann wandelt sich das Bild. Denn das, was jetzt vor ihnen liegt, ist pures Gold. Wortwörtlich. Ein goldenes Abbild Tutankhamuns füllt den ganzen Sarkophag. Und auch dessen Gesicht ist von einer Maske aus purem Gold bedeckt. Allein dieser Fund, die Totenmaske Tutankhamuns, ist der größte Fund der ägyptischen Geschichte. Googelt gern mal nach Bildern von Altägypten, Pharaonen oder sonst was. Diese Maske wird euch immer wieder begegnen. Danach verlassen die Männer das Grab wieder. Alles andere soll auf den nächsten Tag verlegt werden. Doch wieder kommt etwas dazwischen. Kat hat vor, die Frauen aller Männer, die an der Ausgrabung arbeiten, auf einen kleinen Rundgang durch das Grab einzuladen. Doch das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit stellt sich dagegen. Frauen seien einfach nicht erlaubt. Kater solle ruhig ohne sie weitermachen. Gleichzeitig schicken sie auch ein paar Polizisten vorbei, die die Tür des Grabes dann bewachen und jeder Frau, die eintreten will, den Weg versperren. Kater reagiert ziemlich schnell. Er drückt die Tür zu, schließt sie von außen ab und fährt in das Winterpalast-Hotel. Dort schreibt er, alle Mitarbeiter würden sich wegen den Unhöflichkeiten des Ministeriums weigern, an der Ausgrabung vorzufahren. Und diesen kleinen Text, den schickt er dann der Presse. Warum das ägyptische Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit diese Regel eingeführt hat, weiß niemand. Sie ist auf jeden Fall absolut sinnlos. Frauen warten 15 Monate auf ihre Männer, die bei den Ausgrabungen beteiligt sind und dürfen dann nicht mal einen kleinen Blick auf die Arbeit werfen. Das ist ja einfach irgendwie mega unfair. Komplett. Ich glaube, wir müssen Kater da auch ordentlich unterstützen in seinem Vorhaben. Er schließt ab. Er wird aufgefordert, die Schlüssel wieder auszuhändigen. Doch Kater sagt, nö, gebe ich euch nicht und schreibt dann diesen Text an die Presse. Die Situation ist natürlich nicht so easy. Der Sargdeckel hängt ja nach wie vor an diesem Flaschenzug aus Leinen und Seilen. Das Ding ist fucking schwer. Und wer weiß, wie lange dieser Flaschenzug noch halten wird. Und Kater hat den Schlüssel, also das einzige Mittel, in das Grab reinzugehen, den Deckel wieder draufzulegen und die Flaschenzüge zu entlasten. Und wenn er das nicht macht, dann wird irgendwann dieser fette Steindeckel runterfallen auf den Sarg und wahrscheinlich richtig viel kaputt machen. Ein Hochkommissar in Ägypten kündigt an, das Grab sehen zu wollen. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit hat jetzt drei Möglichkeiten. Entweder sie heben das Frauenverbot auf, damit Kater endlich die Tür aufmacht. Sie können natürlich auch diesem Hochkommissar sagen, nee, das geht nicht. Oder sie brechen das Grab selber auf und stürmen es. Schwierige Wahl auf jeden Fall. Das Frauenverbot aufzuheben und Kater wieder reinzulassen, wäre natürlich ein richtig heftiger Ansehensverlust. Das wäre eine Niederlage für dieses komische Öffentlichkeitsarbeitsminister. Safe. Macht keinen Sinn, zu erklären, ey, das Grab ist momentan geschlossen. Zeigt ja irgendwie, hey, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeiten, wenn sich irgendjemand dagegen stellt, auf unserem eigenen Grundstück das Grab zu beschlagnahmen. und dann bleibt irgendwie nur Möglichkeit C, also aufbrechen und hereinstürmen. Da entsteht also ein richtiger Krieg. Wir können jetzt eine richtig lange Geschichte darüber erzählen, machen es aber kurz. Ägypten ist zu dem Zeitpunkt einfach kein sicheres Land und bei einer Schießerei, die gar nichts mit unseren Ereignissen zu tun hat, stirbt der Oberbefehlshaber von Ägypten. Danach übernimmt England wieder die Führung von Ägypten und streut jetzt alles so, dass Kater ein paar Monate danach wieder am Grab arbeiten kann. Am 10. Oktober 1925, also fast drei Jahre, nachdem er das Grab entdeckt hat, kann Kater die Arbeit wieder aufnehmen. Wir springen jetzt also genau dahin, von wo wir gekommen sind. In das Grab tut Anj Amuns und zu Kater, der jetzt endlich wieder dort unten stehen kann und das blasse Leinentuch ein zweites Mal abzieht. Unter der Königshaube kamen noch mehr Binden zum Vorschein und unter diesen eine Kappe aus feinem Leinen, die sich dem geschorenen Kopf des Königs eng anschmiegte. Ganz besondere Sorgfalt erforderte nun das Abnehmen in der letzten Leinenhülle auf dem stark verkohlten Kopf des Königs. Schon bei der leisen Berührung mit einem Zobelhaarpinsel zerfielen die spärlichen Überreste des morschen Gewebes und enthüllten ein friedvolles, sanftes Jünglingsantlitz. Edel und vornehm war es, gut geschnitten mit scharf gezeichneten Lippen. Die Mumie des Königs wies keine Zeichen eines gewaltsamen Todes auf. Die große Fülle von Binden, Zierraten und Amuletten zeigt uns die Sorge um seine sterblichen Überreste und um sein Wohlergehen im Jenseits. Wieder blendet Kater das pure Gold. Am Kopfteil liegt ein goldenes Diadem, um den Hals ein Pektoral aus Edelstein, an den Armen Armreife aus Halbedelstein, an jedem Finger goldene Ringe, um die Taille zwei Gürtel aus Gold und Juwelen, an der Hüfte einen goldenen Dolch, an den Füßen Sandalen aus Gold und an den Zehen goldene Schutzhüllen. Das war sehr oft Gold in dem Absatz. Ja, aber so sah es aus. Es war einfach völlig übertrieben. Sehr golden. Kater findet zusammen 143 Gegenstände, die mit der mumifizierten Person eingewickelt sind. Doch die Bestattung an sich scheint damals nicht ganz einfach abgelaufen zu sein. Denn Feuchtigkeit hat sich breit gemacht und sie ist auch der Grund, warum sich die Salben in den Jahrtausenden in so eine pechartige Masse verwandelt haben. Sie haben sich durch die Gewebsschichten gebrannt und kleben die mumifizierte Person jetzt an den Boden des Sarges. Sie können Tutankhamuns Körper also nicht mit nach draußen nehmen. Sie müssen ihn hier untersuchen. Aber das ist wahrscheinlich erstmal egal. Kater hat Tutankhamun gefunden, das absolute Highlight der ganzen Sucherei. Jetzt können sie endlich untersuchen, wer der Pharao wirklich war und was ihn so bekannt gemacht hat. Doch noch bevor die Untersuchungen richtig starten, widmet sich Kater dem nächsten Raum. Hinter dem Sarg öffnet sich ein kleiner Gang, doch dessen Eingang ist mit Brettern vernagelt. Kater wundert sich nicht, er tat es nämlich selbst, um alle Entdeckungen im Raum davor abzuschließen und erst dann den nächsten Raum zu erkunden. Er öffnet jetzt also die Bretter und steht in einer kleinen Öffnung in der Ostwand. Dort steht ein vergoldeter Holzschrein, darin ein weiterer kleiner Schrein mit vier Fächern, darin weitere vier Krüge aus purem Gold. Das sind die sogenannten Kanopen. Dort liegen die Organe Tutankhamuns. Im ersten findet Kater die Leber, danach den Magen, die Lunge und zuletzt Herz und Hirn. Dahinter stehen noch zwei weitere Särge, unscheinbarer und viel kleiner als der von Tutankhamun. Darin findet er zwei sehr kleine Leichen. Die Untersuchungen im Anschluss zeigen, ein fünf Monate und ein sieben Monate alter Fötus. Für Kater ist relativ schnell klar, hey, das sind Tutankhamuns Kinder. Doch das wird bis heute noch bezweifelt. Im alten Ägypten wurden die Kinder immer eher mit der Mutter begraben, nicht mit dem Vater. Dahinter macht sich jetzt die vierte und damit die letzte Kammer auf. Kater nennt sie in seiner Aufzeichnung Seitenkammer. Dort liegen die Sachen verstreut und Kater hat Probleme, sie zu sortieren. Erst 1932 ist er damit durch. In ihr liegt alles, was Tutankhamun im Jenseits brauchen könnte. Vor allem unfassbar teure Gegenstände. Gold, Elfenbein, Glas und Silber. Diese Schätze sind die letzten, die die Gruppen aus dem Grab transportieren. Dann ist es leer. Insgesamt finden die Ausgrabungen über 1700 Gegenstände und verfrachten sie kurz darauf ins Ägyptische Museum in Kairo. So findet die ewige Suche ihr Ende. Es gibt übrigens ein Museum in Kairo und es gibt das Ägyptische Museum in Kairo, wenn ihr irgendwann mal da hinwollt. Dann ist es das Ägyptische Museum, was in Kairo liegt, nicht das Kairo-Museum. Wow. Da habe ich sehr oft bei der Recherche gelesen, dass Leute da fälschlicherweise ins falsche Museum gefahren sind. Puh, ist es denn die Grabmaske? Eigentlich können wir jetzt sagen, Wahnsinn. Riesen Respekt an Kater, Riesen Respekt an Carnivan, Riesen Respekt an jeden, der mitgeholfen hat, dieses unfassbare Grab zu entdecken. Shoutouts an dieser Stelle auch nochmal an den Wasserjungen, der das zufällig entdeckt hat. Ja, finde ich. Ohne den. Sehr cool. Ohne den, wer weiß. Also vielleicht hätten sie es irgendwann doch gefunden, aber es hätte deutlich länger gedauert. Safe. Als die Pressemitteilungen über den Fund ihr Ende finden, macht sich jetzt eine andere Meldung breit. Wer hat das Recht, die Ruhe der Toten zu stören? Thor und ich hatten jetzt die Wahl. Entweder wir schreiben da noch 20 Absätze darüber, über diese heftigen Presseschlachten danach. Da hatten wir aber ehrlich gesagt beide keine Lust drauf. Nur so viel, Tutan Shamuns mumifizierte Person liegt da, wo sie gefunden wurde. In seinem Grab, tief im Tal der Könige. Kater plant noch einen weiteren Schachzug. Er will nach dem Grab von Alexander dem Großen suchen, doch die Reise bleibt erfolglos. Er wird alt und grau. Sein Leben lang wird Kater nicht heiraten und auch keine Kinder mehr bekommen. Er stirbt, wie er gelebt hat, einsam und allein. Am 2. März 1939, kurz vor seinem 65. Geburtstag, erleidet er einen plötzlichen Kreislaufzusammenbruch. Und das Rätsel um den Fluch des Pharaos findet neue Anhänger. Mit tiefer Ehrfurcht standen wir vor dieser Entdeckung. Mit tiefer Ehrfurcht legten wir die Treppe und den steil abwärts führenden Gang frei und erblickten zum ersten Mal die unterirdische Pracht aus den Zeiten ägyptischer Weltherrschaft, 14 Jahrhunderte vor Christo. Die Entdeckung der ersten Stufe, das Öffnen der Vorkammer mit ihren Wundern, das Durchbrechen der versiegelten Sargkammertür und der Augenblick, in dem sich die letzten zerstäubenden Binden lösten und das Antlitz des jungen Pharao sich uns enthüllte. Ein jugendlicher Herrscher nur kurze Zeit auf dem Thron tauchte nach dreitausendjähriger Vergessenheit aus der Schattenhaftigkeit seines Namens zur Welt der Wirklichkeit und der Geschichte empor. Das war's von uns. Wir hoffen sehr, euch hat die Geschichte heute gefallen, die ja ein bisschen länger ausgefallen ist als üblich. Ja, ich hab auch das Gefühl, das wird eine sehr lange Folge. Es ist Samstag und das wird unser Wochenende noch richtig, richtig, richtig ficken. Aber wir freuen uns drauf. Aber das tun wir natürlich gerne für euch. An der Stelle haben wir noch ein, zwei Anliegen. Und zwar der Podcastpreis. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Stimmt ab, stimmt ab, stimmt ab. Wenn ihr noch gewartet habt. Ihr habt jetzt noch Zeit. Es ist jetzt noch okay. Wir nehmen es euch nicht übel, wenn ihr das jetzt noch schnell tut. Das wäre sehr cool. Einfach auf den ersten Link. Und wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, egal ob auf Apple Podcast, auf Audible, auf Spotify, auf Deezer, auf Java Premium, keine Ahnung, es ist mir komplett egal. Gebt uns einfach Bewertungen. Da freuen wir uns fast genauso drüber, wie über eine Abstimmung für den Podcastpreis. Sehr neid. Genau. Wenn ihr noch Feedback habt, folgt uns auf Instagram at wildundfremd. Da haben wir einen coolen Beitrag zu Tut Antja Moon hochgeladen. Mal gucken, welchen ich hochlade. 100 mehrere. Ich mache mal 10 Beiträge für eine Folge. Nein, es kommt nur einer. Und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas anderes wissen wollt oder uns einfach kacke findet oder cool findet, schreibt uns info at wildundfremd.de Wir sehen uns dann. Wow, Wochenende. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.